Mein Name ist Moritz Wolff, ich betreibe Rudern und bin Nachwuchssportler des Monats September. Ich bin ein sehr aktiver Mensch, also auch leicht hibblich ab und zu mal, wobei sich das mittlerweile beruhigt hat. Es muss immer irgendwas mit Sport zu tun haben, also ohne Sport ist es halt bei mir nicht. Und ein Morgenmuffel, also frühmorgens brauchst du nicht mit mir reden. Das ist halt, da kriegst du nur einen bösen Blick zu geworfen. Also meine größten sportlichen Erfolge sind zweimal Europameister im Juniorenbereich, einmal Vize-Weltmeister, sowie einmal Vize-Weltmeister in U23 und einmal in diesem Jahr errungen der U23-Vize-Europameistertitel. Ja, die Leute erwarten schon immer so ein bisschen von einem, dass man gewinnt, aber ich sage, ich gehe da halt immer etwas lockerer ran und bin halt da einfach offen und sage auch, Leute, das kann alles passieren in so einem Rennen. Und deshalb habe ich immer den vollsten Respekt vor meinen Gegnern und sage nicht, ich gehe jetzt hier rein und gewinne eh easy. Deshalb, nee, da lasse ich das auch gar nicht an mich rankommen. Was dann natürlich auch wahnsinnig super ist, ist, dass Moritz einfach sich die Ziele immer weiter setzt und man da auch nicht zufrieden ist. Und dass man selber auch gefordert ist, immer weiter zu gehen und nochmal was rauszukitzeln. Meine sportlichen Ziele für die Zukunft sind auf jeden Fall weiter erfolgreich, erst mal zu bleiben im Sport und halt auf die Zukunft auch gesehen Olympia erst mal erreichen und dann natürlich am besten sich belohnen mit einer Medaille. Welche Farbe, das ist mir eigentlich ehrlich gesagt egal. Leopard und er hieß Lisa. Immer motiviert und das Ziel vor Augen. Manchmal zu viel Ehrgeiz. Essen. Auto. Spätestens 2024 will ich dabei sein. Abonniert. lyn latihaspielstisk. Untertitel ab.